Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 ein Backup auf eine externe Festplatte bzw. einen USB-Stick erstellen kann und somit dann auch den Dateiversionsverlauf ganz einfach aktivieren kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir eine externe Festplatte bzw. auch einen einfachen USB-Stick an unserem PC anschließen, welcher natürlich genug Speicherkapazität haben sollte und vor allem auch am besten leer ist. Danach gehen wir links unten einmal auf das Windows-Symbol Start, anschließend auf unsere Einstellungen, danach können wir nämlich auch schon hier unten rechts auf Update und Sicherheit gehen, dann links drüben einmal den Reiter Sicherung auswählen und schon sind wir auch bei dem Punkt angelangt mit Dateiversionsverlauf sichern. Eventuell wird unsere externe Festplatte bzw. USB-Stick nicht sofort erkannt, dann erscheint hier unten drunter normalerweise ein Plus, wo ich mein Laufwerk auch hinzufügen kann. Da klicke ich dann einfach drauf, wähle meine entsprechende Festplatte aus und danach muss ich das Ganze noch mit einem einfachen Mausklick hier links drüben aktivieren und schon werden auch unsere Sicherungen automatisch erstellt. Natürlich können wir auch noch ein paar Feineinstellungen machen. Hierfür einfach einmal darunter auf weitere Optionen draufklicken und wir können auch schon auswählen, wie oft meine Dateien gesichert werden sollen, wie lange wir sie am Ende behalten möchten und vor allem auch, welchen Ordner wir genau sichern wollen. Und somit haben wir jetzt auch schon ein Backup bzw. ein Dateiversionsverlauf auf eine externe Festplatte erstellt. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine neue externe Festplatte bzw. auch einen USB-Stick zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und wir kommen auch schon zu Amazon zu, den besten externen Festplatten und natürlich auch USB-Sticks. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.